In der Menschheitsgeschichte gibt es bereits viele Beispiele für Innovationen, für Dinge, die erfunden wurden und die für immer die Menschheit verändert hat. Schaut euch nur zum Beispiel an, Verbrennungsmotoren, das Erfinden des Internets oder der Blockchain-Technologie. Unfassbar. Und heute stehen wir wieder einem großen Meilenstein gegenüber, der AI-Technik oder Artificial Intelligence. Was so viel bedeutet, auf Deutsch, wie künstliche Intelligenz, also quasi die Nachahmung menschlicher Intelligenz, was wiederum durch die Erstellung von Algorithmen passiert. Jetzt ist es nur leider so an der Stelle, jede Innovation birgt natürlich wieder Gefahren. Also man sehe es sich zum Beispiel an, die Erfindung des Klebers und die Klimakleber. Ja, das ist nämlich jetzt die große Frage, ob zum einen AI so schlimm ist, wie jeder schreit und wie man das Ganze in den Griff bekommt. Und das, das analysieren wir jetzt gemeinsam in diesem Video. Auf unserem Kanal, da findest du spannende neue Projekte, du findest News zur aktuellen Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scams. Wenn dich die Themen interessieren, dann lass uns auf jeden Fall schon mal ein Abo da. Und falls du gerne fürs Podcast hören bezahlt werden möchtest, klingt jetzt verrückt, aber ist wirklich so. Und zumal auf einer Plattform, wo es bereits über eine halbe Million Podcasts gibt. Dann klick dich mal hier rein, About und natürlich auch das Interview, das wir mit den Foundern geführt haben. Und jetzt, jetzt checken wir AI. Um jetzt mal genauer einschätzen zu können, wie stark der Einfluss von AI-Technik auf unser Leben ist, schauen wir uns mal das Ganze ein bisschen näher an. Programme wie ChatGPD zum Beispiel, du hast garantiert schon davon gehört, ein unfassbarer Hype, der da gerade in den letzten Wochen und Monaten entstanden ist. Und ehrlich gesagt, zu Recht. Also ich erinnere mich da selber noch dran, wo ich das das erste Mal ausprobiert hatte und mir dachte, crazy. Innerhalb von 10 Minuten ein Buch geschrieben. Und das auch noch vollautomatisch. Und das ist eben auch das Verrückte. Auf der einen Seite, es gibt natürlich noch ein paar Stellschrauben und Bugs, die gelöst werden dürfen. Aber alles in allem ist es ein Lösungsbringer. Und wenn man jetzt mal weiter schaut und sich dann mal so gewisse Berufsfelder anschaut, also zum Beispiel Steuerberater, Anwälte und Co. Also dieses ganze Verwaltungstechnische. Die könnten unter Umständen langfristig wirklich um ihre Jobs bangen. Denn, jetzt nehmen wir mal das Ganze ein bisschen weiter, in jedem Beruf, wo es faktisch nur darum geht, Daten zu analysieren und die dann wiederum zu zitieren, Da wird es gefährlich. Weil im Gegensatz zu AI sind Menschen langsamer, machen Fehler und sind vor allem nicht 24 Stunden lang erreichbar. Und das könnte in diesen Berufsgruppen wirklich den Todesstoß bedeuten. Und genau das ist das große Problem, wo die Gesellschaft definitiv eine Lösung braucht. Denn auch kreative Berufe sind genauso in der Gefahr. Weil wenn du dir anschaust, als Kunde kannst du dir halt somit die Illustration in Sekundenschnelle zum Nulltarif erstellen lassen, ohne dass du zum Beispiel einen Grafiker brauchst. Und jetzt wird es natürlich spannend. Das ist halt auch der Grund, warum gerade zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche so heiß diskutiert wird. Mega spannende Sache, wenn natürlich die Maschinen immer mehr Arbeit abnehmen, dann sollen natürlich nicht nur das Unternehmen einsparen, sondern auch in dem Fall der Arbeitnehmer einen Vorteil haben. Allerdings sind wir ganz ehrlich, bei diesem Punkt sehen wir es sehr pessimistisch in die Zukunft, weil es war in der Regel halt selten so, dass zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche eingeführt wurde, sondern eher steigende Arbeitslosigkeit die Folge war, weil die Unternehmen faktisch halt eben enorm einsparen können. Weiterhin stellt die Implementierung dieser weitgehend unerforschten Technologie auch noch ganz andere Problematiken und vor allem vielleicht auch Risiken in den Raum. Denn wenn man sich jetzt mal den Vergleich anschaut, klar, der Gegensatz in sich, Digitalisierung und Deutschland, da wird halt lieber an den Schulen mit 40 Jahre alten Overhead-Projektoren gearbeitet, wo hingegen zum Beispiel in Asien die AI-Technologie schon in Schulen aktiv angewendet wird. Und festhalten Leute, also das ist jetzt nicht Science-Fiction, das passiert wirklich. Dort tragen Schüler täglich Elektroden an dem Kopf, wo wiederum der Lehrer dann analysieren kann, ist jetzt gerade der Schüler bei der Sache oder träumt der gerade vor sich hin? Weiterhin bekommen dann die Eltern auch noch einen täglichen Bericht, wie aufmerksam eben ihr Kind war. Und das Ganze, das landet dann auch noch in einem Ranking, wo dann quasi ja die Aufmerksamerin und die eher anderen Schüler ja in einem Ranking eben gegenüberstehen. Dadurch, dass aber wiederum die nur im Entferntesten falsch angebrachte Technik am Kopf wiederum dazu führt, dass quasi das komplette Testergebnis null und nichtig ist, ist die ganze Aktion unterm Strich schwachsinnig und macht überhaupt keinen Sinn. Das Schlimme an der Sache ist aber, die Schüler werden trotzdem danach bewertet. Und somit kommen wir eben gleich wieder zum nächsten Punkt in der ganzen Geschichte. Ein Punkt, wo die Menschheitsgeschichte wohl nie draus lernen wird. Die viel zu frühe Implementierung einer Technik, die nahezu noch überhaupt nicht erforscht ist. Was wiederum zur Folge hat, dass zum einen das Testergebnis eh ein Schwachsinn ist und zum anderen es faktisch vollkommen verantwortungslos ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den Fall dieser Fünftklässler in Singapur anschaut. Also an der Stelle, bevor du jetzt falsche Schlussfolgerungen ziehen willst, wollen wir natürlich ganz klar darauf hinweisen. Der deutsche Weg ist an der Stelle faktisch auch nicht der richtige. Also nicht erstmal zurücklehnen, abwarten, am besten drei Weißbier aufmachen und dann, wenn alle zehn Kilometer voraus sind, langsam mal damit anfangen, wenn es natürlich nur in den Zeitplan passt, irgendwie dieses Thema Digitalisierung mal ein bisschen näher zu betrachten. Das ist natürlich auch absoluter Nonsens. Ziel sollte es eher sein, da einen gesunden Mittelweg zu finden zwischen eben der Erforschung und der Anwendung. Also zusammenfassend an der Stelle lässt sich unserer Meinung nach zumindest sagen, AI-Technik wird jetzt definitiv nicht die Menschheit zerstören. Also von dieser AI-Kontrolle, die über die Menschheit dann wacht, da sind wir wahrscheinlich so weit entfernt wie Deutschland von einer funktionierenden Regierung. Dennoch ist das Problem an der Sache, dass es halt irgendwie am Ende, und das wurde bisher nie gelöst, Kinderversuchskaninchen waren, was faktisch gar nicht klar geht und das eine riesengroße Sauerei ist, oder auf der anderen Seite eben nur Großkonzerne profitieren, was auch nicht sein kann. Ja, an der Stelle, schreib uns doch mal gerne in die Kommentare, was du dazu denkst, was deine Gedanken dazu sind, bin ich echt mal gespannt. Und natürlich, wenn du noch weiter mit uns diskutieren möchtest, auch mit der Community in Kontakt treten willst, dann komm doch gerne in unsere Telegram-Gruppe, Link in der Description. Der Name ist Programm. Das Projekt, das wir dir jetzt noch vorstellen wollen, heißt Launchpad. Und wow, das trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf. Es geht um einen leichteren Einstieg für Krypto-Neulinge und für alte Hasen. Wenn dich interessiert, wie das jetzt genau vonstatten geht, hier die Verlinkung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao. Bis dahin alles Gute.